herzlich willkommen hier zur nächsten folge vom panini let's collect deutschland 2024 und die besten aus europa das panini stickerheft zum großen turnier dieses jahr zur em 2024 kann man sagen es ist keine offizielle serie klar aber es ist halt das paniniheft zu deutschland england spanien frankreich italien und dieses heft möchte ich auch unbedingt voll machen weil ich finde das sind sehr sehr geil designte sticker und halt auch mal etwas anderes weil jeder spieler die einzeln vorgestellt wird mit trainingseinheiten et cetera und ich würde sagen wir gehen rein leute wir gehen rein die sticker bekommt ihr natürlich auch im panini online shop panini hat jetzt auch einen neuen online shop der wurde neu aufbereitet et cetera der link zum ja zu einem bundle ich verlinke euch einen bundle wo ihr display box starter pack etc bekommt um direkt loszulegen und ich sage mit einer sticker display box bekommt ihr das heft nahezu vollständig weil man muss sagen es sind halt auch nur 290 sticker dies in dieser serie gibt das ist halt jetzt nicht so viel es gibt halt auch nur fünf nationen und wir starten hier mit max hummels mitte 71 ramsdale 213 score red scan georginio hummels als geilen shiny sticker und niklas füllt den krug zack den haben wir hier jared bowen aus england den florian würtz miros love closer als legend und das ist sehr sehr nice kamara musiala und kilian mbappé oh yeah das ist natürlich ein sehr sehr geiler pull kilian mbappé hier als offiziellen panini sticker quasi zur europameisterschaft es ist keine offizielle sticker serie aber trotzdem ja hat hier das frankreich trikot an sieht schon sehr sehr sexy aus muss man sagen oder was meint ihr kilian mbappé 208 jamal und kamara so was haben wir dann hier unay simon mit der 265 jonathan tham tatar zertsch nabry 163 kommt dazwischen gemogelt dann haben wir noch sané parvat und wieder in hummels den matsli hummeli und 192 wunderbar zack und ist das die reihenfolge lässt sich im vergleich zu tops halt auch hier also schneller sortieren und besser sortieren weil halt nummern hinten draufstehen zack so dann blättern wir mal auf hier deutschlands legenden unsere erste die wir einkleben ich habe aber schon zu den stickern eine komplette box geöffnet das heißt wenn ihr das video noch nicht gesehen habt könnt ihr das auch sehr gerne auschecken auf meinem kanal da habe ich eine komplette box von diesen stickern geöffnet und da kommt oben rechts der hummeli hin ich denke dieses heft werden wir auch relativ schnell voll machen kommt darauf an halt wie viele folgen wir täglich machen also regelmäßig machen weil meine prio ist natürlich das tops let's collect stickerheft voll zu kriegen 71 junge matze matze hat heute richtig bock matze ist drin so dann 290 jonathan tat 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 tatu hat in der u21 14 spiele gemacht der jonathan 112 diese ganzen fakten etc stehen auch hier mit auf den mit auf den seiten und der grützger sticker ist doppelt ich suche ihn grad ich suche ihn grad der ist einfach doppelt ich fasse es nicht jamal musiela 144 so wenige sticker im heft und direkt doppelt das ist ja meine frechheit so die schöne jamal seite dann masane dann florian würz und unseren ersten wird stickern haben wir hier unseren ersten fülle hopp 163 oben shiny shiny ist immer da so wo es so ein bisschen dunkler ist so wo es dunkelgrau ist das habe ich mir schon merken können also hier ist shinies dicker hummeli äh müller dann jetzt sind wir bei den anderen nationen england und co also starten zuerst mit frankreich mit benji power da ist drin dann kilian ah ne kamara ich wollte schon sagen hier hat sich aber verändert du hier kommt hier hin auf der seite so und lebt auch in 1 dann haben wir uns der dritte torhüter so wie es aussieht und der erstes pickball wahrscheinlich ne würdig würdig jetzt schätzen dicker so dann 232 jared bowen 53 das ist georginio und 265 unai simon der letzte sticker für heute und dann war's das mit einer erfolgreichen folge vom let's collect der panini deutschlands und die besten aus europa 20 24 sticker serie aber natürlich drei stickertüten geöffnet ich habe jetzt mittlerweile gerade erst eine zweite folge also wir haben noch nicht viele sticker drin also doppelte sticker werden definitiv auch in den nächsten folgen immer mehr aber das gehört ja dazu ich habe bock das hat voll zu machen ich hoffe ihr habt auch bock wie gesagt link unter der video beschreibung führt euch zum panin online job da könnt ihr euch die sticker holen lasst ein like und ein abo da und dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss bis gönds bis 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 zum nächsten Mal.